Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 5. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1054, heute mit den folgenden Themen. Online-Store, Facebook, Oppo, Swiss Toppo, Ikea und ein kleiner Spoiler. Ich starte gleich mal mit dem ersten Thema. Mit gestern Nacht, genau gesagt um 1 Uhr irgendwas, hat Apple die Webseite wieder online gestellt oder besser gesagt der Store wieder ins Sortiment mit aufgenommen. Denn durch eine responsive Anpassung vor, ja was waren das, circa sechs Jahren, hat ja Apple den Store, den sie mal hatten, rausgenommen aus der Apple-Seite. Und eigentlich quasi nur so Produkte-Seiten mit einem Klick, ich möchte das jetzt kaufen gehabt. Neu jetzt, per 4., also gestern August, kam der Apple-Store wieder zurück. Man kann jetzt draufklicken und in die Kategorien klicken oder unten dran sich durch diverse verschiedene Geschichten motivieren lassen, vielleicht noch das eine oder andere Produkt, das genauer zu studieren und oder vielleicht sogar kaufen. Es gibt auch Läden für Bildungswesen, Geschäftskunden, aber auch der Refurbished-Store hat seinen Platz wiedergefunden. Schön, schön schick. Bin mal gespannt, wie sich das auf die Absatzzahlen auswirken wird, aber da mache ich mir bei Apple nicht ganz so gross Sorgen. Worüber ich mir schon viel mehr Sorgen mache, ist wieder mal über Facebook. Denn die verschlüsseln ja WhatsApp-Nachrichten, das ist ja toll, damit machen sie auch Werbung. Nun möchten sie das Ganze aber wieder ein bisschen aushebeln mit sogenannter Homomorphen-Verschlüsselung, die es erlaubt, mithilfe von viel künstlicher Intelligenz, ein bisschen Fu und sonstigen Möglichkeiten, dass sie da dann Daten rausziehen können, wie medizinische Daten, Finanzdaten und solche Geschichten. Warum tut das Facebook, Herr Zuckerberg? Ganz einfach, man möchte ein bisschen mehr partizipieren an eurem Leben, euren Daten und euch bessere Werbung verkaufen. Oder halt einfach generell Werbung verkaufen, dass ihr gefälligst ein bisschen Geld ausgebt und Herr Zuckerberg ein bisschen reicher wird. Ich an meiner Stelle würde mir da ein paar Gedanken machen. Es gibt ja die Möglichkeit, WhatsApp zu löschen und Alternativen zu nutzen. Oder halt einfach Alternativen zu nutzen, muss WhatsApp nicht löschen. Kannst du zwischendurch mal das eine oder andere öffnen. Aber kommen wir weg von dem Thema, zu einer Neuigkeit, welche Oppo gestern bekannt gegeben hat. Zum einen ging es schon durch den Weibo-Chat, das chinesische Chat-Tool, durch oder besser gesagt durchgesickert. Heute Abend oder besser gesagt gestern Abend kam dann auch noch die Pressemeldung von Oppo selber, die die nächste Generation von Underscreen-Kameras vorgestellt haben. Anscheinend hat man bei Oppo die Möglichkeit gefunden, denn die Idee ist ja schon älter. Man möchte ja generell diese kleinen Aussparungen vorne im Smartphone oder die Löcher, die teilweise oval oder runter im Display drin sind, weghaben. Am liebsten möchten die ganzen Hersteller die Kamera direkt unter dem Display platzieren. Das hat der eine oder andere schon ausprobiert, mit dem Ergebnis, dass man ziemlich blasse Bilder bekommen hat, Probleme mit dem Display auf Dauer bekommen hat, wegen Langzeitschaden oder der Lebensdauer dann nicht mehr durchgehalten hat etc. Und da soll Oppo den Durchbruch gefunden haben. Dazu gibt es auch, ich glaube in der nächsten Woche bin ich eingeladen an ein Online-Event, wo Sie die neueste Technologie vorstellen werden. Ich bin schon mal sehr gespannt. Die ersten Bilder, aber das ist ja immer so in diesen Pressemeldungen, schauen schon mal vielversprechend aus. Und ich bin gespannt, wie das Ganze sich dann auswirken wird und wer dann schlussendlich auch noch auf diesen Zug aufspringen wird. Ich würde sagen, auf kurz oder lang so ziemlich jeder Hersteller. Weiter geht es mit einer App, Swiss Topo. Das ist die offizielle vom Bund ausgelieferte, also fast sozusagen, Bundesamt für Topografie. So rum hat die Swiss Topo App geupdatet. Die kann neu auch Velo, nämlich Fahrradtouren. Wer also Fahrradtouren machen möchte und eine gute Karte haben möchte, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Wir nutzen sie gerne für Wanderungen und solche Geschichten. Und was ich auch ganz gerne mache ist, darin kann man nämlich auch zurückreisen in die Vergangenheit. Und ich konnte mal schauen, wie unser Dorf im Jahre 1946, war es glaube ich, luftbildmässig ausgeschaut hat. Das war nur eine Strasse und ein paar Häuser links und rechts. Also deutlich weniger als bei sonstigen. Weiter geht es mit Ikea Stark Wind. Habe ich euch ja Anfang der Woche schon vorgestellt, ein neues Produkt aus dem Hause Ikea. Dazu gibt es jetzt eine neue Neuigkeit, eine zusätzliche Neuigkeit. Das Teil versteht sich nicht nur mit dem Google Assistant und dem Alexa Teilchen. Nein, es kann auch HomeKit. Was genau es da drin dann machen kann und wie man es nutzen kann, werden wir noch sehen. Im Oktober kommt es dann auf den Markt. Und dann bleibt mir nur noch der Spoiler. Heute gibt es um ca. 15 Uhr eine Sonderfolge hier in der Daily. Denn es gibt, ich darf noch nicht sagen was, aber es gibt was. Am besten reinhören, wenn ihr interessiert seid. Wie gesagt, ich darf noch nicht sagen, um was es geht. Bis bald, euer Pokipsi, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.